herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das weg mit dir bundle von edo saya alle weiteren informationen zu dieser single der tracklist und bundelinhalt sowie natürlich auch die links zu single und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung weg mit dir von edo saya das ganze am 24 juli erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutsche jawohl es ist sehr ungewöhnlich aber ab und zu gibt es sowas und zwar ein bundle zu einer single von ufo 361 gab es das schon diverse male aber immer in verbindung mit einer vinyl und diesmal haben wir hier eine single als cd in diesem bundle das ganze ist relativ schlicht wir haben hier einen schwarzen plastikbeutel auf dem hier ein sticker klebt und zwar haben wir hier das cover diesen wohnwagen diesen anhänger hier auf dem groß weg mit dir drauf gesprüht ist dann lesen wir edo saya 2020 und luna ja ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen alles schwarz in schwarz deswegen würde ich sagen schauen wir gleich mal rein das ganze lässt sich hier oben auftrennen ist gar nicht so einfach deswegen würde ich sagen wir nehmen einfach mal das messer zur hand dann schauen wir dass wir das hier gleich auf schlitzen das hält echt einiges aus dieses teil hier so aber jetzt wenn man es einmal dann eingestochen hat dann geht es doch ganz gut auf so das ist der inhalt ansonsten nichts weiter drin alle sind schwarz und dann schauen wir uns das mal an also das bundle besteht wie gesagt aus zwei teilen einmal hier das ist die single und zum zweiten haben wir dann hier ein shirt mit dabei das ist auch noch mal separat verpackt und hier lesen wir auch wieder edo saya single size l color white meines wissens gab es dieses bundle nur in l also das shirt konnte man glaube ich damals nicht auswählen von der größe her dann schauen wir mal dass wir das hier rausholen und dann starten wir auch direkt mit der single mit der cd so also das ganze ist sehr minimalistisch gehalten und zwar wie wir sehen können ja sehen wir nicht allzu viel also es gibt offensichtlich kein booklet kein cover das ganze kommt hier in einem transparenten jewel case hier vorne einfach ein sticker der hier auch noch schief aufgeklebt ist edo saya weg mit dir lesen wir hier ansonsten gar nichts hier weiter zu sehen hier rechts ist da noch so ein weißer kreisförmiger sticker also so ein siegel mehr oder weniger den man hier entsprechend aufmachen muss den sticker das siegel hier brechen so und dann geht das ganze hier auf die cd ist komplett hier in pink gehalten hier ist auch nichts weiter zu sehen also kein aufdruck keine tracklist gar nichts und ansonsten ja wie gesagt gibt es ja auch nicht allzu viel zu sehen gut wir kommen zum zweiten behandeln halt und zwar ist das hier ein shirt das shirt kommt in weiß ist ziemlich großzügig geschnitten und das ist dann hier drauf also wir erinnern uns das gleiche hatten wir ja auch auf dem beutel drauf auf diesem sticker hier wieder wohnwagen mit dem weg mit dir auf druck beziehungsweise mit dem aufgesprühten weg mit dir und darunter wieder edo saya 2020 lunar ja das album lunar kommt ja auch ende august größe l das ganze und auf der rückseite komplett in weiß hier gibt es nichts weiter zu sehen und dann schauen wir mal ob wir noch irgendwie einen zettel vorfinden ja genau so was lesen wir hier die lx tx also das logo von deluxe boxen und dann lesen wir hier noch 100% baumwolle und das ganze ist designed in germany wo das ganze hergestellt wurde steht jetzt hier nicht aber ja designt wurde es in germany grüße gehen raus dann packen wir das shirt wieder zusammen und zum abschluss fassen wir wie immer noch einmal kurz zusammen was sich alles in dem bundel befindet einmal eben gezeigt das shirt in der größe l und die cd die single weg mit dir hier im transparenten toolkiss jawohl das alles in diesem wunderbaren wandel weg mit dir von edo saya mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der single beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn die musik feiert falls ihr edo saya unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt aber hierauf ciao